Wenn man das Spiel einigermaßen kann. Früher wirklich Schiss vorgeschoben ist und geht nicht mehr. Jetzt so. Get lashed. Nice, Zero. Gigi. Du hast deinen Boss besiegt, wo du nicht weiterkommst. Schon seit einer Weile. WTF? Den hab ich ja noch nicht mal gesehen. Wollen muss ich jetzt? Wieder zurück? Jetzt gehst du gerade aus. Dann kannst du dir Carmen joinen, was du nicht machen solltest vielleicht. Mir eigentlich egal. So und wenn du... bevor du... Ja genau. Und dann wenn du wieder zurück gehst, gehst du nach links aber. Beide? Beide. Wenn du zurück gehst, siehst du zwei Truhen. Da kannst du... Warte mal ganz kurz. Ich guck mir ganz kurz das Video von Mark an. Ein Augapfel. Naja, ein bisschen Aim-Bot Marker. Also die ersten Treffer waren nicht so gut, aber du musst es direkt wo der war. Okay, das ist doch Aim-Bot. Alter, hast du übrigens gut getroffen. Lol. Doppelkill. Geil. Heftig, Marker. Nice. Ähm, du gehst dann, wie gesagt, wenn du zurück gehst, gehst du nach links und da unten ist ein Bronfire. Dann portest du dich zurück zu dem einen Bronfire, wo wir vorhin waren. Also ich geh zur Brücke? Die Brücke runter? Nein, nein. Du gehst, äh, wenn du... wo die Truhen sind. Wenn du... wenn du... schon lass mich kurz erklären. Ja. Du hast jetzt, äh, ordentlich deinen Platz gehauen. Da kannst du dann weiter geradeaus gehen, da kommst du zu Targray, so ein Ritter. Mhm. Und kurz davor, gehst du nach rechts runter. Er hat ja schon die Truhen geöffnet gehabt, deswegen. So. Warum ist einer auf der Treppe verreckt? Warum sind hier viele verreckt? Die haben wahrscheinlich gegen den NPC gekämpft und er hat die fertig gemacht. Ah. Ich geh mal kurz pinkeln, du setzt dein Zeichen dann am ersten Bronfire von vorhin. Eisling. Dein Nasejuck. Ah. Weißt du, wir sind in der blauen Kathedrale, ne? Ja. Du jetzt. Ja. Äh, du musst allerdings nicht zur blauen Kathedrale, sondern davor das Bonfire in Heide Night. Also Heides Flametower halt, das Bonfire. Ja. Äh, ja. Oh man. Alter. Das ist viel zu anstrengend für mich. Ich. Oh. Oh. Das wäre echt geil. Praise the sun. Was? Die kannst du noch lernen. Ja. Hast du jetzt ein Zeichen gesetzt? Nein, ich hab auf dich gewartet. Okay. Praise the sun. Praise the sun. Praise the sun. Weil man muss in derselben Gruppierung sein. Ja. Dann kannst du erst gerufen, ja? Wir müssen derselben Gang angehören. Wir sind die Ganggeträume. Yeah. Yeah. Ich kann tanzen. Komm jetzt. Oh Gott. Ich sterben. Oh Mann. Tanzen. Genau tanzen. 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 Tanzen sie? Tanzen. Tanzen sie. Tanzen. Ich finde das so geil, dass du einfach so viel damage raushaust. Was? Ich feier das. Ich finde das so geil, dass du so viel damage raushaust. ich liebe das ding in daxos 1 2 ist echt geil da ist so zwei ich bin da nicht so du kannst dich auch doppel machen also power stancen links oder rechts der hellebarde hat genau und genug stärke ich bin genau in den sprung reingerollt die klinge reingerollt nicht schlimm setzt einfach ein zeichen wieder neu du bist ja immer noch bist du noch menschlich ja du bist noch menschlich es ist wichtig dass du menschlich bist nicht ich ich weiß nein ich will auch nicht dass die ganze zeit der menschlichkeit verliert weil du stirbst aber ich glaube du bleibst menschlich wenn du tot bist also als menschlich ich habe noch meine schöne gesunde weiße hautfarbe es gibt ja ein Ring der sich so immer so aussehen lassen einfach und es wird mir so leicht denn ich liebe dieses Star-Live ja ich genieße jeden moment den dieses wunderschöne Leben uns schenkt ja passiert hallo ich glaube ich muss gleich jetzt mal einen Kaffee machen ich falle hier sonst gleich um das ist schon das jetzt habe ich was zu tun jetzt bin ich wach weiß ja bei dem spiel musst du auch wach sein da darfst du nicht schlafen ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich das so machen dass aber ich muss mir gleich ein Wodka holen oh Gott willst du echt das machen Drunken Souls ja oh mein Gott das habe ich auch einmal gemacht nach glaube ich vier Pinnchen da konnte ich nicht mehr gut liegt auch daran dass ich wie gesagt das ist auch du ja ich wollte gerade sagen das liegt auch daran dass ich keine dass mir die Enzyme fehlen einfach dafür aber ich habe noch zwei Lehmsteine sollten uns nachher mal 99 kaufen das ist manchmal können die Gegner auch irgendwie durch ein Knockback und manchmal können die Gegner auch einfach ihre Ausdauer verlieren wenn du die schlägst dadurch kommen sie ins Taumeln durch meine helle Barde durch deine helle Barde am meisten weil mein Ding macht nicht so viel Knockback das Ding macht einfach nur am Ende viel Schaden ich bin zwar langsam aber dafür bin ich stark so ein bisschen ja das ist der Nachteil bei dir du kannst nicht rennen und dann angreifen dadurch verlierst du zu viel Ausdauer kann ich kann ich aber dann kann ich wenigstens einen Schlag machen und ausweichen genau das meine ich ich kann zum Beispiel sechs Hits noch hinterher setzen nachher Hauptsache man hat nichts besseres zu tun das sieht so gut aus das sieht so gut aus oh das ist so schön Aua. Also die Action mit der Schott und Naka war echt Hammer, muss ich sagen. Naka, das war echt der Hammer. Ich hab davor, das war unerwartet. Schießt damit und auf einmal ist der Typ auf der anderen Seite tot. War mal geil. Ups. Hallo, Arnstein, graf's nochmal an. Aua, ja gut, ich sollte nicht so vor Leute Klappe haben hier. Sie wird auf jeden Fall besser, muss man sagen. Oh, weg, 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 zuck, zuck. Genau. Ja, er kommt langsam rein, er kann wirklich gut ausweichen, muss man sagen. Was? Du kannst gut ausweichen. Ja, ich mein dich. Ach so. Das sieht man vor allem in dem vielen Monster Hunter spielen. Ja, bei Monster Hunter finde ich zum Beispiel, das ist kein wirkliches Ausweichen. Du wirst trotzdem, wenn das Monster dich trifft, das ist mehr so, ich komm weg, ich kriege Distanz. Das ist das Einzige. Das ist von den ganzen Zelda und sowas, das hast du es ja auch zum Teil. Ja, das würde ich ausweichen. Weil das ist ja bei Dark Souls so, in dem Moment bist du wirklich unverwundbar einfach. Mein 3DS war noch an. Meine müssen aber auch noch an sein, der ist meine Jackentasche. So, ähm, ja. Ach ja, den Helm bekommst du, äh, den Helm von, ein dritter Helm, den kommst du in der Kiste da rechts. Okay. Ja. Jetzt weiß ich wieder, wo du den herbekommst. Ich würde, ich würde sagen, Extreme Aim Assist, ja gut, das ist auf Konsolen immer so. Ich spiel zum Beispiel mit Black Ops auf dem PC und hab kein Aim, äh, ja, keine Zielhilfe an. Weil mir einfach mehr Spaß macht und ich hab ein bisschen freier, weil damit kann ich besser Headshots verteilen als, ähm, weil jetzt sieht jemand direkt auf die Brust und das ist kacke wie rum. Am besten ist es ja relativ egal. Ach ja, Dolby'ki, Dragon's am Dolby'ki. Ach ja. ja sie ist gerade kurz weg ich habe vergessen bei der ebene den modus zu aktivieren das heißt ich habe trotzdem der gesamten ebene gemalt obwohl ich nur auf einem bestimmten fleck zeichnen wollte alles übergemalt perfekt egal wieder da hallo so dann hier ist wir zum ersten bonfire zurück ne heiltes flammturm oder wie heißt black ops 1 2 oder 3 2 und 3 nein nein ich rede gerade mit marka so nebenbei setzern du dreist mit dem gehst zum bonfire reist du bist am ersten bonfire ne also nicht am majuda sondern am ersten bonfire in dem gebiet ne ja okay ich setz mein zeichen ja wie gesagt 2 und 3 und charlin das mal mit mir auszugehen das habe ich akustisch jetzt nicht verstanden lust möchtest du mit ihm ein date machen so papyrus mäßig war das jetzt ein jahr oder ein neun das war ein jahr oh mein gott alles klar ich weiß bescheid ich bin ja sowieso da außer das zeichen gesetzt 30 am bonfire 30 wie kein cd doch 30 cd also ich finde drei recht gut besser als advanced warfare beispielsweise und groß ist einfach so ich finde drei einfach cool macht macht mir auch viel spaß relativ da vibriert was bei dir das war mein xbox oder ich weiß man hat es aber gehört so wollen man macht das spiel plötzlich viel mehr laune vor allem wenn man mit jemandem spielt der es kann komm wir rennen mal durch ich hab jetzt keine lust gegen die ganzen viecher da zu kämpfen das ist so ich weiß doch du kannst also bevor die ausdauer leer ist musst du loslassen weil sonst muss ja erst dauert das heißt man ein bisschen besser wieder auflädt ich hatte ja ja halte ich halte ich alles gut alles gut alles gut so warte ist gut für mich neben stein so hier ist gut für mich blauer augen lecker abgost habe ich aufgehört habe ich eigentlich auch aber black ops die black ops reihe hat mich einfach sehr viel interessiert deswegen fand ich die mal ganz gut so der nächste boss steht an das wird lustig das ist echt easy das ding nicht lustig bald ist schon hier im norden ja ja hallo 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 das ist so eine der einfachsten Bosse in total ist die ganze die das verdammt schwer aber der Boss hat das Wiesn und jetzt so jetzt ist es vielleicht da kommt der Treppe rechts hoch direkt nicht geradeaus durch weil du fällst runter um diese rechts hoch dann möchte ich das also wie ich vorhin mit oder ist ja auch ich bin so ein bisschen hoch und dann